Sie sind bunt und extravagant, aber immer elegant. Die Schuhe von Designer Manolo Blahnik. 74 Jahre alt wird der König der Pumps in diesem Jahr, aber die Leidenschaft für Schuhe treibt ihn immer noch um. In London hat er jetzt diesen Laden eröffnet, oder vielmehr eine edle Boutique. Dennoch ist für Blahnik auch eine Kooperation mit bekannten Modeketten nicht ausgeschlossen, wenn auch nicht um jeden Preis, wie er sagt. Ich habe so lange gebraucht, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Wenn mich jemand fragte, ob ich eine Kollektion für ihn machen kann, hätte ich Lust, warum nicht? Aber nur, wenn ich es so machen kann, wie ich es will. Manolo Blahnik ist wirtschaftlich unabhängig, eine Seltenheit in der Modebranche. Carrie Bradshaw aus der Fernsehserie Sex and the City liebt Blahnik-Schuhe. Und seit dem Erfolg der Serie tun das auch viele andere Frauen weltweit. Doch der exquisite Geschmack hat einen exquisiten Preis. Einige Paare kosten mehr als 900 Euro.